Frank Lindemann aus Hamburg hat sich viel vorgenommen. Von Flensburg aus fährt der 54-Jährige mit dem Fahrrad kreuz und quer durch Deutschland. Seine Mission, den Sucht-Selbsthilfe-Verband der Guttempler bekannter machen. Die Guttempler sind seit 1889 aktiv im Kampf gegen Alkohol- und Drogensucht. Sie sind Zufluchtsort und Selbsthilfegruppe. Jetzt, zum 125. Jubiläum, hat sich Lindemann auf die lange Tour begeben. Wir haben ihn in Ottobeuren getroffen. Nach 2761 Kilometern kommt Frank Lindemann mit seinem Fahrrad in Ottobeuren an. Gestartet im hohen Norden, führt ihn sein Weg durch die ganze Republik. Sein Ziel? Möglichst alle Guttempler-Gemeinschaften in Deutschland besuchen. Die Guttempler sind ein Sucht-Selbsthilfe-Verband und der Treffpunkt in Ottobeuren markiert den südlichsten Punkt seiner Reise. Der Grund seiner Deutschlandfahrt ist ein besonderer Termin im Kalender aller Guttempler-Gemeinschaften in der Bundesrepublik. Die Tour haben wir am 23. März gestartet, aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums der Guttempler in Deutschland. Und die Bewegung ist in Dänemark gestartet und dann nach Deutschland gekommen. Die erste Gruppe wurde 1889 in Flensburg gegründet. Und darum haben wir unsere Tour auch dort begonnen. Und sie soll eigentlich alle Guttempler im Lande miteinander verbinden in diesem Jubiläumsjahr, damit die alle da ein bisschen was von der Feier haben. Frank Lindemann erzählt von seiner Reise durch Deutschland, auf der er viele Guttempler-Gruppen besucht hat. Die Ottobeurer-Gemeinschaft wird geleitet von Brigitte Schorer. Sie ist von Anfang an dabei und überzeugt vom Konzept der Guttempler. Denn in einem Punkt unterscheidet sich das gewaltig von dem anderer Gruppen, wie zum Beispiel den anonymen Alkoholikern. Dass wir nicht anonym sind. Wir gehen in die Öffentlichkeit. Ich stehe dazu. An meinem Arbeitsplatz überall weiß jeder, dass ich alkoholfrei lebe. Und auch weshalb. Denn für mich ist der Sinn der Sache, dass ich zu dem, was ich tue und was hier passiert, und was wir machen und auch wer getrunken hat. Ich sage mir immer, wer denkt, das verheimlichen zu müssen, der ist noch nass im Kopf. Der hat einfach nicht begriffen, worum es geht. Es geht vor allem darum, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Und da sind nicht nur die Alkoholkranken selber, sondern auch deren Familienangehörige willkommen. Denn die haben unterm Strich nicht weniger unter der Sucht zu leiden. Ja, die Suchtkranken glauben ja, dass irgendwie ihre Kinder von diesem Geschehen nichts mitbekommen hätten. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Kinder spüren alle Spannungen im Familiensystem. Kinder übernehmen auch ganz oft Rollen, die eigentlich die Eltern ausfüllen sollten, werden viel zu früh erwachsen, können nicht mehr Kind sein. Und ganz viel verfestigt sich in der Kindheit, das dann auch dazu beiträgt, dass Kinder dann diese Rolle später mit einer eigenen Partnerin oder mit einem Partner nochmal nacherleben. So haben gerade Töchter ein sehr hohes Risiko, einen Partner zu finden, der selber alkoholkrank ist. Das Beziehungsmuster ist aus der Kindheit erlernt, erzählt Frank Lindemann. Und genauso ist es bei Brigitte Schorer gewesen. Nach einer Kindheit mit einem alkoholkranken Vater heiratete sie einen trinkenden Mann. Sie ist selber nicht süchtig, lebt aber abstinent. Genau wie Frank Lindemann. Darüber reden. Das ist für beide der Weg gegen eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Ja, die Gespräche sind sicher hilfreich, weil man dann ja über sein eigenes Leben anfängt nachzudenken. Was ist da schiefgelaufen und warum ist das bei mir irgendwie so eskaliert, dass ich jetzt irgendwie vom Alkohol abhängig bin, während andere mit dem gleichen Konsummuster das vielleicht nicht erlebt haben. Und da sind die Gespräche natürlich sehr hilfreich, wenn man dann irgendwie ins eigene Denken kommt. Manchmal sagt man einfach, auch beim Arbeiten war es jetzt einfach mal ganz schlecht und dann schlucke ich das runter. Das ist ja so oft. Und während er dann hier ist und darüber reden, wir sagen, Mensch, was glaubst du, was war am Arbeitsplatz? Red drüber, erzähl's, bau das ab. Und es klappt oft, dass dann einer einfach sagt, das hat mir jetzt geholfen, das brauche ich auch nichts mehr. Hilfe zur Selbsthilfe, begleiten, unterstützen. Das machen die Gut-Templer seit 125 Jahren. Frank Lindemann fährt jetzt zur nächsten Station nach Freising. Ende Mai endet seine Fahrt beim Gut-Templer-Kongress in Hofheim bei Frankfurt am Main. Bis dahin hat Frank Lindemann noch 1072 Kilometer vor sich. Gute Fahrt kann man da nur wünschen.